Das ist mir jetzt einfach wahnsinnig wichtig, dass wir eine Sprache sprechen, nämlich meine. Und die Sprache ist wichtig. Es steht ja schon in der Bibel, am Anfang war das Gott. Gut, oft sagen meine Bayern, da nicht mehr zu mir. Ja, ich meine der Teichste, aber am Anfang waren drei Wörter. Wir sind wir. Ja, das hören Sie dann immer gar nicht gern, wenn ich sage. Ja, den Zahn muss ich da jetzt gleich zu hinterfaschen. Ich finde, egal wo ihr her seid, ich habe euch alle lieb, gell? Das klangt schon wieder, wenn auch nur aus Pflichtgefühl, gell? Damit gehen einmal nach rein. Wie bitte. Was ich bin, wie du jetzt wieder, wenn oder du weinigst? Dass es nach vorne jetzt kommen.